Eriko Rhin, 0-1 auswärts im Wohlen. Ein Spieler, der sich sicher sehr unglücklich geschaltet hat. Ja, unnötige Niederlage, aber im Endeffekt kann man von unglücklich nicht nur sprechen. Wir haben nicht genug Power und nicht genug das Tor Wohlen über der Linie drücken. Ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit hat man uns das verdient, ein, zwei Tore zu machen. Wir haben sie eigentlich 45 Minuten lang in Grund und Boden gespielt und gerannt. Aber natürlich, um was es geht im Fussball ist, um die Tore. Und das haben wir nicht gemacht. Ein paar Möglichkeiten da waren, ein paar gute Freistoßsituationen. Ja, und dann muss man heute die Qualität haben, dass man da ein Tor macht. Das ist nicht passiert. Und die erste Halbzeit war so eine 0-0-partie, wo sich beide Mannschaften an der Platz haben müssen gewöhnen. Weil er war sehr schwierig zu spielen, weil er sehr viel war und kein guter Stand gewesen ist. Ja, und dann natürlich kriegen wir 30 Sekunden vor der Halbzeit Pause. Natürlich sind sie 0, das spielt dann in der Karte. Aber das kann immer passieren, einmal ein Tor. Der zweite Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir Gas gegeben haben, dass sie alles gegeben haben. Aber es hat uns das Tor gefällt. Wie kommt es, dass man in der Offensive so harmlos agiert heute in diesem Spiel? Ja, weil an der einen Seite einmal die Überraschung fehlt, dass eins gegen eins eine Überspiele. Dass man eine Überzahlsituation hat, davon sind wir natürlich abhängig. Oder einmal ein Schuss. Wir haben ein paar Möglichkeiten gehabt, aber die Abschlüsse sind dann nicht gut genug gewesen. Und wir haben zwar optisch jetzt viel Druck gemacht und probiert und sie in der eigenen Hälfte festgenagelt. Aber wie du richtig gesehen hast, die echte Durchslagskraft ist vorhin nicht gewesen. Natürlich waren sie so tief stehen mit David, das ist auch schwierig. Obwohl er auch ein paar Mal sich gut durchgesetzt hat. Aber es hat dann nicht gereicht für das Tor. Und wie das kommt, habe ich gerade gesagt. Da muss man sehen, da war es mal in der Qualität. Wenn man einen Affen doch noch mehr erwartet hat als eins gegen eins. Und von der Seite aus ist es einfach zu wenig Zweikämpfe da gewonnen. Ja, Franz Burgmeier 0 zu 1 im Wohlen. Ein Spiel, das sich sicher sehr unnötig und sehr unglücklich geschafft hat. Ja, ich glaube, wir hatten ein bisschen Probleme zu meinem Spiel. Wir haben uns aber nach viertel Stunde, 20 Minuten gefangen und sind nachher voll im Spiel. Und sind nachher zwei, drei Mal selber nach der Achse am 1-0. Es kommt leider kurz vor der Halbzeit das 1-0 über, wo wir nicht gut gestanden sind. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht. Wir sind angerannt, aber es hätte einfach nicht sein wollen. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde länger spielen können und wir hätten sie nicht eingebracht. Es ist einfach die letzte Flanke oder der letzte Chance. Es war einfach zu wenig präzise und zu wenig genau gewesen. Und ja, darum verliert man dieses Spiel auch nur.